Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich habe in die Vergangenheit gesehen. Du wirst für mich das tun müssen, was ich einst für dich tat. Du wirst auch mich brauchen. Seite an Seite, um diesen Krieg zu beenden. Bevor er überhaupt beginnt. Also, ich erwache in meinem jüngeren Körper und dann was? Finde mich. Überzeuge mich von all diesem hier. Dazu werden wir beide notwendig sein. Und wo finde ich dich? Auf einem anderen Pfad, einem dunkleren Pfad. Lurgen, ich war damals ein völlig anderer Mensch. Leite mich. Führe mich. Sei geduldig mit mir. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Ich will dein Leid nicht. Ich will deine Zukunft nicht. Bitte. Ohne deine Hoffnung sind wir verloren. Egal wie viele Menschen mich einen Helden nennen. Jemand der noch mächtiger ist als ich. Alles auf einen Schlag ändern könnte. Wir haben Pläne mit dir.